Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im fünften Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt dann im ersten System, da die ersten Materialien würden für Sie abgeholt und werden auf Ihrer Reise zu Ihnen den Schluss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Ella zur vernünftigen Beschränkung die Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulturellerweise zugestimmt. Der Professor Ella sagt, er hilft, ihre Zauberkünze zu verbessern, bevor er sie nach London zum Schluss begleitet, wo sie am Festmahl... Das ist ja doll, ja. Boah, sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Oha. Okay, 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 okay. Wir kommen der Materie näher. Schlag, Schlag, Schlag. Ja, normal. Was denkst du denn? Schlag, Schlag, Schlag. Tabe da. Digga, ist das Hogwarts am... Bleiben Sie ruhig. Bleib du ruhig. Preparo. Preparo. Boah. Das ist das Intro, ach so. Aufwachen. Aufwachen. Ich brauche. Ich brauche, ich brauche. Einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Haupt von Ihnen. Diesen Verliese sind am Neuesten. Es sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal. Aha, der ist auch so klein. Warum sind die alle so klein hier? Reveglio? Reveglio, auch im Land. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstaben bereithalten. Hä? Hä? Ah. Das Auge ist auch am Start. Reveglio. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Eine Tür. Tabe, jetzt soll ich vorgehen, ne? Jetzt, wo du nicht weißt, was dahinter kommt. Lumos. Aha, Lumos. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Aha. Was ist passiert? Aha. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir. Alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Schlag, 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 Schlag. Okay, bringt nichts. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Ja, guck mal nach oben. Kann ich nicht? Okay. Halte R2 gedrückt und tippe um Lumos. Lumos. Sehr gut. Aha. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Aha. Lüge. Wo folgt dem Licht? Wo? Ah, da unten. Ach, wie krass. Okay, da unten das. Okay, krass. Und jetzt? Ja, geht Ihnen ja jetzt. Entdecke das Geheimnis der Statue. Tama. Lumos. Aha. Aha. Oh, Lügel. Oh, Lügel. Oh, Lügel. Oh, Lügel. Da. Ah, so kann ich ausweichen. Ah, so kann ich ausweichen. Ich komme doch. Hat er, Lahn? Luhmuss? Rivenium, nur Lahn? Scheiß auf dem, ich habe Gold gefunden. Nur der gibt es da? Lahn, scheiß auf dem, vielleicht ist da was drin. Warte, sei leise, der soll... Welche Spuren der Magie? Ja, doch, Donneritia! Doktor! Doktor F***! Aha! Boah, nee, nee, jetzt muss ich gegen die alleine kämpfen. Okay. Wir kämpfen gegen die alleine. Aktiviere die Statuen, wie ging das denn? Rivenium. Ewid. Luhmuss. Tamam, jetzt der Nächste. Gelb vor allem. Ja, wie soll ich das denn machen? Ach so. Ah. Trabi da. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Na ja, macht dir keinen Kopf, Mann. Wir machen das schon. Guck jetzt. Allah! Tchach, 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 tchach! Wuuuuh! Ey, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Land, wie viele? Nein, das habe ich verstanden. Wala, Diab, mis ... Boteco Ah, okay, ich check. Ich muss das gedrückt halten. Okay, 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 jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, okay, okay, kein Problem. Ey, da kommen ja immer mehr. Lan! Okay, der nächste ist tot. Lan, Protego, Protego, wie verrollen wir, Lan? Hade, Lan. Hölde, Lan. Ich habe ein persönliches Problem jetzt inzwischen mit diesem Spiel. So, kommt. Komm, wer will als erstes? Evet. Tak, 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 tak. Söller. Kom, wer ist sie? Kom, 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 kom. On noch eine, kom. Yallah, tazik. Hadi bakalım, hadi bakalım. Gel, gel, gel. Gel bakalım, gel. Aha, s***. Gel, gel. Hoppidik. Tak, 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 tak. Okay. Ach so, jetzt muss ich die alle zerstören? Ja, klar. Cool. Coole Sache. Egal, jetzt wissen wir, wie es geht. Okay, den einen haben wir noch. Tak, 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 tak. Haben wir den? Oh, komm, der letzte. Wallah, wir kommen immer mehr. So, war es das jetzt? Hoch. Uff. So, haben wir es geschafft. Wie kriege ich das Licht an? DB. Nee. R2. Aha, Lumos. Tamam. Aha, wir haben den nächsten Raum. Jetzt muss ich wieder kämpfen, oder was? Och, bä. Können wir jetzt nach Hogwarts? Aber... ... Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Lane, olim, nerdessen, lan, wo bist du seit drei Stunden? Ich hab meinen Arsch gebetet, wo bist du? Professor Fick. Weil er kommt ja jetzt und sagt, wo bist du? Wo warst du? Eib, ja. Wunder, Kipp. Wollen wir uns jetzt Filme machen? Lach soll 20 von denen kommen. Guck mal, wie der aussieht. Grannrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Muss ich jetzt gegen die auch kämpfen? Walla, wer Eib? Gegen die kämpfe ich nicht. Nein, Walla, gegen die kämpfe ich nicht. Das ist doch unfair. Guck mal, wie groß die sind. Die sind zu fünf so groß wie ich. Wo müssen wir die Vergangenheit ruhen? Äh, Sir, Sie hatten den Verlies-Schlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das, das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies zwölf deutlich waren. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Oh, ich bin nicht da. Tja, vielleicht ist ja der Junge Mann hier hilfes-Schlüssel. Oha, Hade. Walla, die Zwerge sind stark, lad. Oha. Einfach Transformers, Bruder. Oha, oha. Oha, boh. Ratsche, nur noch ratsche. Nein, ich habe fast übersprungen. Ja, ich habe fast übersprungen. Oha. 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 Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Aha, partie geht los. Evet. It's party time. Ja, geht los. Och be. Och be. Bruder, das Intro hat mich schon zu verzweifeln gebracht, Bruder. Was wird das für ein Spiel? Walla, das war einfach nur das Intro, Bruder. Ich bin einfach beim Intro schon an meine Grenzen gekommen. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte. Doch das scheint angemessener. Vay 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 smoking ma smoking ha? Vay vay vay. Geben. Ja, ich bin einführungsfeier. Hadi oğlum aç şu partiyi. Evet Afrikopalar, ben geldim. Bu ne biçim parti lan? Böyle parti mi olur? Aman agam. Let's go to the party. Ne? Ya parti dedik ama. Okul diyor ya. Wenn Sie glück haben, bekommen wir Sie heute abend noch einem Haus zugetört. Ich melde mich. Evet, hadi parti. Oh 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 oh. Afiyet olsun gençler, afiyet olsun delikanlılar. Naber? Afiyet olsun, afiyet olsun. Selamun aleyküm. Professor Weasley. Noch jemand für die auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setz. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Ja. Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ja. Das stimmt. Ne alalım, ne alalım. Acaba ne alalım, ne alalım. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Halt aber, ne alalım. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Hmm. Hmm. In der Tat. Abenteuer lust für zu allerlei entdeckungen und neue Wissen. Aber von deinen Professor, wirst du auch einiges lernen können. Hmm. 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 Interessant. Hmm. Hmm. Ich spüre etwas in dir. Oğlum acıktım lan. Einen gewissen Sinn für... Hmm. Lass der hmm! was ist es nur kühnheit an allem neuge loyalität ehrgeiz napsak acaba napsak acaba acaba napsak acaba napsak acaba ehrgeiz es ist ehrgeiz es mag engsternig wirken aber es ist wichtig im leben ein ziel zu verfolgen interessant du hast vor kurzem erfahren dass du eine seltene kühnheit besetzt ich spüre waksenden ehrgeiz ein stremen nach macht vielleicht gehörst du nach slitherin beğenmedim yok istemez griffindor hufflepuff slitherin rivercloth griffindor was sagt ihr diese adler denn ja du bist albaner deswegen ich würde auch sagen wir sind löwen wir sind löwen wir sind keine schlange wir sind löwe wir gehen zu den löwen du bist bereit auch allein voranzugehen hallo olum aynen öyle hadi bakalım sei es griffindor saa olum sakin tamam sakin 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 tamam 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 sakin saksız uff açt da sie vor unterrichtsbegin morgen gewiss genug zu tun haben ee ha yemek bitti oğlum ben da bir şey yemedim ya ich hab noch nichts gegessen Ja, alle haben gegessen, nur ich hab nicht gegessen, ja? Eib. Eib, doch eib. Ja, komm, ich hab Hunger. Bring mich wohin du willst, ich hab Hunger, ich muss was essen hier. Wollah, 70 Leute haben Fressen, nur ich krieg nix. Danke, Professor Weasley. Mann, doch, muss ich in diese Tunnel gehen? Was das für ein Zimmer? Das sieht aus wie ein Bunker. Fünfklässler, Jolan. Einer wie du ist Fünfklässler. Bara la bara, hebsen der Bede Rode Schüe, ha? Der sagt Fünfkl... Der sagt Fünfklässler... Oğlum, einer wie du ist Fünfklässler. Guck mal deine Haaren. Hadi, ich hab genug, noch viel zu tun, hadi, yallah, Tasik. Na, ber, gizlar? Ne war lan, orada? Bu benim gibi, Sapuha. In lan, aşağı. Şşt. Alo. Nelly. Gel. Aha, geldi. Warum sind alle immer so nervös? Bunu beğendim, ha. Total sicher. Bu tam sapık. Oh, hallo. Ach du gar nicht auf mich. Ich wechsle gern ab und zu den Blickwinkel. Röke die Dinge ins rechte Licht. Tavidah. Tavidah. Einmal habe ich es auf den Gryffindor-Turm geschafft. Von außen. Ohne Wesen. Wirklich? Ich bin übrigens Nelly. Nelly Oxfair. Ich habe Gerüchte darüber gehört, was dir auf dem Weg nach Hogwarts passiert ist. Stimmt das? Mit dem Drachen? Evet, 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 çok şeyler oldu. Evet, evet. Ja, ja, ja. Siehst du meine Name? Das ist davon. Ja, Nelly. Evet. Evet. Nelly, wir haben viel durchgemacht. Hast du definitiv für Aufregung gesorgt, was Gryffindor dringend nötig hatte. Und Hogwarts auch. Ja, Nelly. Das bin ich. Şimdi. Wie bach allem. Wie sie über mich denkt. Was der Eindruck ist. Wie bach allem. Welche Gerüchte gibt es über meine Reise nach Hogwarts? Äh, dass du einem Drachenangriff entkommen bist? Reicht das nicht? Ja. Die meisten kommen mit Bahn oder Hoh. Tavidah. Ja. Hast du direkt aus einem Drachenmaul geflüchtet? Natürlich finden die Leute. In Hogwarts spricht sich so was schnell rum. Ja, tabi da. Devam konuşalım. Harbiden sapık kız ha. Kız sapık çıktı. O, man im Schloss und allem was auf dem Schulgelände und rum herum so lauert. Muss man kein Turmaklimm um unglaubliche Dinge suchen. O, olum Nelly war ja. O, olum Nelly adamı deli ediyom bak. Die meisten Schüler haben wohl nie ein Drachen gesehen. Und du? Nein, Güte nein. Ich hab auch noch nie von so einen Kutschernangriff gehört. An Kutschern ist doch gar nicht genug Fleischbran. Kann man noch irgendwas? Wie ist... Wie tane da, Solosona? Hade, wie tane da? Äh, dass du einem Drachenangriff entkommen bist, reicht das nicht? Tavidah. Die meisten kommen mit Bahn oder Hoh. Ich dachte, die sagt jetzt was anderes. Jetzt halt aber. ... aus einem Drachenmaul geflüchtet. Natürlich reden die Leute. Tamam olum, tamam. In Hogwarts spricht sich so was schnell rum. Tamam lad, tamam. Hat mich gefreut, hatte. Wir sehen uns bestimmt wieder. Im... Genau. Oder? 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 Dritte etage du weißt. Wir sehen uns. Bak, gene nereye çıkıyor. G-Gryffindor Norden, Profesor Weasley wartet für den Gemeinschaftsraum. Guten Morgen. Sind sie bereit für ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, lassen wir sie, machen sie recht besser daraus. Hm? Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen sie einigen Stoff auffohlen. Alle 5. Klasse sagen die, ja? Z.A.G. Z.A.G. Oğlum yemek falan bir şey yok mu ya bir kahvaltı yedik ya? Z.A.G. 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 Tamam lan tamam. Z.A.G. Z.A.G. Anstatmir'in buhtu. Gidmir'in kocu buhtu amına. Acıktık lan bir kahvaltı da yapmadık. Z.A.G. Ich brauche Frühstück! Ich habe Hunger! Die denkt auch ich lese Bücher. Gibt ihr auch was zu essen in dieser Schule? Kommand Siem Kafe ich kreua Ich mache uh Jaa Lann inaa nga Friend Lann inaa nga Friend де ich inaa nga Ami Böyles resimi Lann bu ne biçim Fantazi Aklma çok pis şeyler geliyor Aklması çok pis şeyler geliyor Bloß nicht trödeln, sie haben noch Unterricht Nein, Olim, ich laufe genauso schnell wie du Achso, ich muss mich umgucken Chill mal, chill Na, wer ist Olim, wir flirten ja, pacjachtig, ja Unser Kings Cross, sozusagen Kings Cross Das reicht erst einmal Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung Off